Hallo Lieben, hier ist Christian und genau jetzt mit dem Weihnachtsvideo Aussicht auf das Jahr 2022. Erstmal ein bisschen sorry, ich sehe immer noch ziemlich angegriffen aus, ich weiß, aber von mir gibt es ja immer ungeschminkte Videos und ich war, ja, ziemlich krank und genau, hatten wir wahrscheinlich auch noch und, ja, ja, gut, aber egal. Erstmal wünsche ich euch natürlich ganz fantastische Weihnachten, trotz allem, also was ich euch wünschen würde oder wo ich zu euch gerne animieren würde, ist den Weihnachtsfrieden zu finden, also den Frieden in euch. Das hat jetzt nichts mit Christentum oder so zu tun, aber diesen, ja, mal in diesen Tagen diesen Frieden nachzuspüren, den du nur in dir finden kannst, den es im Außen nicht gibt, so sehr wie ihn auch suchen im Außen, den findest du nur im Inneren und den kannst du nur finden, indem du dich in dein Ich zurückziehst und, ja, ihn da findest und nicht im Außen. Und, ja, da würde ich dich gerne, äh, zu einladen, äh, die, ja, Frieden natürlich auch, äh, wie ich immer sage, auch in meinem neuen Buch damit schreiben werde, die 5D-Liebe da zu finden und nicht im Außen. Beziehungsweise, wenn man sie in sich gefunden hat, dann findet man sie manchmal auch im Außen an den, äh, verrücktesten Stellen, sag ich mal, ne. Ja, äh, verrückte Zeiten, ich will jetzt auch gar nicht zu viel dazu sagen, also ich hab ganz viel, was ich so zu diesen Zeiten denke, jetzt gar nicht in Bezug auf, äh, die offensichtlichen Themen, die es hier gibt, aber so auf so einer höheren Sicht, alles, was ich dazu denke und auch was das mit Liebe und Beziehung zu tun hat, ähm, ja, hat sich alles ergossen, immer neues Buch, will das jetzt nicht alles hier, äh, hab ich auch gerade gar nicht die Kraft zu, das alles nochmal wieder, äh, zu erzählen. Ähm, ja, das darf ich jetzt bald einsprechen auch schon, also das wird jetzt, äh, es kommt zu glauben, aber das soll tatsächlich bis, äh, ja, nach Weihnachten alles finalisiert werden und, ähm, genau, geht dann auch schon die nächsten Wege und ab, ab Anfang Januar nehme ich das auch schon auf. Aber gut, ähm, trotzdem, ähm, war, glaube ich, für alle echt ein sehr anstrengendes Jahr, also ich fand das nochmal, kann ich so teilen, auf jeden Fall, äh, viel anstrengender als das Jahr davor, äh, irgendwie fand ich, dass man das so, 2020, keine Ahnung, auch diese ganze, äh, Pandemie-Geschichte, dass man da noch irgendwie, weiß ich auch nicht, ich meine, so schrecklich, wie es auch war, für Einzelne natürlich vor allen Dingen auch, das ist wirklich auch schlimme Einzelschicksale, hat man immer das Gefühl, okay, das ist jetzt auch irgendwas, was auch mal wieder zu Ende geht und, äh, war ja vielleicht auch sogar ein bisschen, weiß ich nicht, auch mal manchmal sogar ein bisschen spannend, ne, wir wissen das jetzt, äh, Straßen sind leer und keine Ahnung, aber ich finde es jetzt, also wie alle auch einfach alles nur noch mega anstrengend und, ähm, aber auch unabhängig davon, beziehungsweise man fragt sich ja immer, was hängt wirklich von was ab, aber, ähm, fand ich, also war ein Jahr für mich nochmal, wo es viel zu verarbeiten gab, natürlich vor allen Dingen den Tod meiner Mutter und, ähm, aber auch viele, Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss einfach, äh, hatte ich ja im anderen Video schon mal gesagt, so Altlasten aus Co-Abhängigen-Verhaltensweisen in früheren Lebensjahrzehnten muss ich nochmal, ähm, abarbeiten, äh, und, ja, das kann ich auch immer wieder sagen, äh, vor allen Dingen je jünger ihr seid, wenn ihr jetzt meine Videos hört, äh, geht das rechtzeitig an, weil die Folgen sind einfach, ähm, ätzend und vor allen Dingen, wenn man vielleicht, ähm, teilweise Freundeskreise hatte oder hat oder hatte, ähm, die gewohnt sind, dass man so einiges wegsteckt und das dann nicht mehr macht, ähm, also diese ganzen Reibungsverluste und Sachen, äh, ja, würde ich euch natürlich gerne wünschen, dass ihr die mehr vermeiden könnt, kann man vielleicht nicht immer, aber auf jeden Fall würde ich euch gerne animieren, auch im Jahr 2022 einen Weg weiterzugehen und sich nicht zurückhalten zu lassen, weil das sehe ich gerade ganz viel, dass, äh, viele Menschen gehen weiter und ich meine jetzt ganz bewusst, äh, persönlichkeitsentwicklungsmäßig nichts anderes, äh, gehen weiter und gehen ihren Weg und andere wollen den scheinbar nicht oder noch nicht gehen, äh, wollen ihre Themen nicht angucken, wollen die mal alle auf andere projizieren, wollen mal sagen, es ist immer die anderen Schulden, alle sind böse und die Welt ist böse und Männer sind böse und Frauen sind böse und die sind böse und Junge sind böse, Alte sind böse und, äh, ich weiß es nicht, ähm, anstatt endlich mal zu gucken, was kann ich eigentlich in meinem Feld machen, ähm, und, ja, ist auch okay, aber, ja, das führt halt zu unheimlich viel Reibung und das sehen wir gerade auch, glaube ich, aber ich kann euch nur animieren, äh, nicht in den Kampf zu gehen, auch 2020 nicht, aber trotzdem knallharte, glasharte Grenzen zu haben, da auch wirklich, ähm, ja, hätte ich jetzt fast gesagt, keine Gnade zu haben, aber Gnade soll man natürlich haben, aber keine, ähm, ja, kann ich nicht anders sagen, wirklich einfach Grenzen aus Diamant zu haben, ne, die sich einfach, die einfach nicht gebrochen werden dürfen, egal wie da rumgewütet wird vor den Grenzen und wie Menschen euch wieder zurückhaben wollen, äh, in den alten Kasten, in dem ihr immer wart, damit die einfach funktioniert oder mal wieder Energie von euch abgesogen werden kann, lasst das alles hinter euch und, äh, guckt auch nicht, wer ist jetzt schuld oder, weiß ich nicht, war ich zu hart oder, oder soll ich noch 75.000 Chancen geben, sondern, äh, und riecht euch auch nicht auf, macht auch keine Rache, aber das ist alles 3D irgendwie, ne, sondern geht einfach weiter und das ist vielleicht nicht immer schön erstmal, so, ne, und, ja, keine Ahnung, ne, aber ich weiß dazu keine Alternative, weil stehenbleiben ist Rückschritt und zurückschreiten ist sowieso Rückschritt und was soll man anders machen als weitergehen und, äh, wie Kolumnus, das ist ja immer wieder gern ein Bild, was ich gern benutze dafür, als da mal Richtung Amerika gesegelt ist und die Hälfte hinter sich hatte, was soll er da, und ist immer noch kein Land da, was soll er da machen, soll er wieder umdrehen, äh, bringt auch nix, ähm, nach Nordensegen, nach Südensegen bringt auch nix und, ja, was soll er machen, einfach weiter segeln, ne, und, äh, und hoffe, dass wir alle dann irgendwann mal irgendwo im Warmen in der Karibik, ähm, ankommen gewissermaßen, so, genau. Ähm, 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 ja, genau, Ausblick auf 2022, äh, habe ich ja mit dem Titel angenommen, ja, da wollte ich einfach nur sagen, im Grunde genommen gibt's keinen Ausblick, weil du gestaltest diesen Ausblick, ne, also das würde ich dir auch noch mal mitgeben in diesem Jahresendvideo, äh, du bist, ähm, Schöpferwesen, du bist vielmächtiger als du denkst, äh, du kreierst wirklich viel mehr deine Realität als du meinst und vor allem, du musst vor allen Dingen, wenn du was machen möchtest, musst du vor allen Dingen erstmal dran glauben, dass du diese Fähigkeiten hast und, also nimm dir diese Kraft wieder, äh, zurück und ich, also mein Ratschlag wäre wirklich für die Weihnachtszeit, und auch für Silvester, keine Horoskope lesen, keine Vorhersagen lesen, ähm, was 2022 passiert oder, äh, keine Karten legen, keine Wahrsager, ich weiß nicht was, sondern, äh, ja, kreier deine eigene Geschichte, ne, also ich hab den extra noch mal offen gelassen, jetzt vielleicht geh auch noch mal ins Manifestationskurs, wenn du da Hilfe für brauchst, ansonsten schreib deine eigene Geschichte schon mal vor, nimm dir ein Tagebuch, äh, mal überlegt dir, wovor du dir dankbar warst, 2021, und, ähm, ja, gab's für mich auch viel, gab noch auch, äh, trotz aller Sachen, die schwierig waren, auch, äh, viele krasse Erfolge, neue Menschen, schöne Begegnungen, für dich sehr dankbar bin und, ähm, schreib das rein und, äh, ja, schreib deine eigene Vorhersage, die so ist, wie du sie haben möchtest und guck mal, was dann, äh, sich vielleicht generiert im nächsten Jahr, das, äh, wäre mein Ratschlag, also ich hab keine Ahnung, was passiert, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir irgendeinen krassen Umbruchsprozess sind, wo wahrscheinlich noch einige Strukturen zusammenbrechen, sich verändern werden, aber das soll jetzt überhaupt kein Gloom und Doom sein, also, äh, werden wir schon irgendwie durchkommen, ähm, wie das genau ablaufen wird, äh, keine Ahnung, ähm, werden wir sehen, also ich hatte sonst mehr so ein Gefühl, was so passiert im nächsten Jahr, als ich das dieses Jahr hab, also ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung, ob da jetzt noch die fünfte, siebte, neunte, zehnte Welle kommt oder, äh, keine Ahnung, ähm, äh, ich weiß es nicht, also ist mir auch, sollte mir und auch euch Latte sein, weil ihr sollt euch Fokus, einfach fokussieren darauf, egal, wie, äh, negative Energien gerade so im Kollektiv um euch rum sind, da kann man, das ist immer so, wie es ist und das ist sicherlich eine ordentliche Bremse und das macht es bestimmt nicht leichter, aber versucht trotzdem eure Blase immer weiter auszubauen in Richtung nice, geiles Leben, so, ne, und wenn es da mal Rückschläge gibt, dann ist es halt so und wenn ihr euch mal belastet fühlt, dann fragt euch immer, ist das wirklich meine Belastung oder ist das nicht gerade die kollektive Schwingung, die ich hier gerade spüre, weil ich vielleicht ein sensibler Mensch bin und einfach auch die, ja, die Not der Menschen spüre, die irgendwie um mich rum sind, so, ja, und manchmal muss man sich davon noch einfach mal, ja, gibt's so Momente, muss man einfach mal für sich sein und in seiner eigenen Energie bahnen, sonst wird's einfach echt, äh, zu anstrengend hier, ja, äh, eine Sache hab ich davon, kleiner Gag von mir jetzt, äh, da will ich gerne mal ausnehmen davon, weil ich hab tatsächlich ein krasses Bauchgefühl und das hab ich schon seit über einem Jahr und weil das jetzt schon wieder eingetreten ist dieses Jahr, dachte ich mir, ich sag's einfach mal, weil mein Bauchgefühl ist, das ist jetzt völlig verrückt und das ist total privat, hat nichts mit Psychologie zu tun und krieg bestimmt wieder, also wieder gutes Futter für meine Hater, genau, aber mein Gefühl ist, dass es kälter wird in Deutschland und damit meine ich jetzt nicht sozial, sondern ganz physisch, ich hatte letztes Jahr schon das Gefühl, dass die Winter in Deutschland kälter oder krasser werden und da dachte ich mir erst, ach komm, äh, drauf geschissen, aber das jetzt wieder so ein schneereicher bisher Start war, äh, dachte ich mir, das ist komischerweise irgendein Bauchgefühl, das ich total krass hab, aber auch egal, ob stimmt oder nicht stimmt, äh, das ist so ein Späßchen, was ich gerade für mich auf jeden Fall verfolge, so, hat es aber nichts, dass ich jetzt denke, äh, wir hätten keine Klimaveränderung drauf geschissen, weiß ich nicht, ich bin kein, äh, Klimaforscher und, aber, ähm, das ist ein Bauchgefühl, was ich hab, tatsächlich, gut, hat aber nichts mit Beziehung zu tun, obviously, außer, dass man auch noch mehr kuscheln kann, natürlich, ähm, ja, genau, was, ähm, Liebeschiff angeht, äh, beziehungsweise den YouTube-Kanal hier, da würde ich mich, das wäre mal meine Bitte an euch, dass ihr mal kommentiert, was ich euch wünsche fürs nächste Jahr und da meine ich jetzt nicht unbedingt, ihr könnt auch Themen schreiben, aber auch so Themenklassen, sag ich mal, weil ich überlege zum Beispiel gerade, ob ich mal nicht mehr so viel E-Mails vorlese, also da würde ich mal eure Meinung interessieren, würdet ihr euch wünschen, dass ich weiter so relativ viel E-Mails vorlese, was natürlich oft über diese toxischen Beziehungssituationen sind oder lieber so Content unabhängig von Beziehungen, ich hab mir mal so die letzten 20, 30 Videos angeguckt und, ähm, ja, wenn ich mal gucke, wann auch mal so neue Abonnenten dazukommen, dann, ja, war das auch teilweise mal bei Videos, die ich so out of the box gemacht hab, sag ich mal Reaction-Videos oder mal zu anderen Themen, Freundschaften und so, das wäre so ein bisschen meine Frage, ob ihr da vielleicht mal andere Schwerpunktsetzungen im Content haben wollt oder doch weiter viel so diese, diese E-Mails vorlesen, ähm, ich wollte mich auch mal ein bisschen fokussieren auf, ähm, ja, umgehen mit, wenn man mal scheiß Stimmung hat, sag ich mal, oder wie kann man da so ein bisschen präventiv vorgehen, ähm, also das überlege ich auch ein bisschen auf, äh, auf meiner Website, liebechip.de, ob man da mal kurstechnisch, äh, nochmal andere Sachen anbaut, auch vielleicht für Kinder, äh, also nicht für Kinder, ähm, für Menschen, ähm, Kurs, für Menschen, die Kinder hatten in toxischen Beziehungen, äh, oder Erwachsene, Kinder, die Probleme machen, die dann manchmal an toxische Beziehungen erinnern, ähm, ja, also schreibt mir gern hier unter das Video, dann finde ich es am leichtesten oder an supportedlibysche.de oder bei das Formular, ähm, ähm, was ihr euch da vorstellen könnt und kann natürlich auch so weiter so machen, wäre für mich auch okay, aber ich hatte gerade so ein bisschen die Frage, ob, ob vielleicht die Leute, also ihr Zuschauer, Zuschauerinnen euch auch mal mehr, äh, vielleicht andere Sachen wünscht oder so und nicht so viel diese, ähm, Geschichten sozusagen, aber vielleicht auch doch, ne, vielleicht hat ihr immer mehr gerne und dann ist auch gut, ähm, Twitch mache ich gerade ein bisschen Pause, wollte ich auch nochmal sagen, ich bin jetzt auch auf, äh, Twitter, finde ich gerade ganz lustig, Instagramer sowieso, das kann ich nochmal drunter verlinken, und es kann sein, dass auch mal jetzt ein bisschen weniger Videos kommen, was, wie gesagt, muss ich jetzt noch Hörbuch ansprechen und vielleicht brauche ich auch mal ein bisschen Pause, könnte sein, dass es da mal so ein bisschen dünner wird, man muss ja auch immer, ähm, wie soll ich mal sagen, muss es auch, so ein Jahr auf Social Media muss man auch mal sacken lassen, da, äh, passiert ja auch mal so einiges und manchmal hat man auch so das Gefühl, man muss das mal einfach alles auch mal verdauen, das ist ja auch alles immer nicht so easy. Ah ja, für den Fall, das ist wirklich das letzte Video vor Silvester ist, 1. Januar, geht endlich die altbewährte, altbekannte Selbstliebe-Challenge wieder los. Ja, denke schon, falls wir uns vor Silvester nicht mehr hören, wünsche ich euch natürlich zusätzlich noch einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr, wie auch immer der jetzt unter diesen aktuellen Bedingungen, äh, aussehen wird, ähm, ja, was soll man dazu sagen, äh, würde ich ja, ich bin ja auch nicht so ein ganz großer Silvester-Fan, muss ich sagen, äh, würde gerne mal wieder aus so einer Kracher-Party gehen, aber, weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt, keine Ahnung, ähm, naja, ich wünsche uns auf jeden Fall allen, dass das, äh, Leben 2022 wieder einfacher wird und wir alle mal wieder auch nicht feiern können, in welchem Rahmen auch immer. In diesem Sinne, bis bald!